Claudia, kannst du mir nachher im Garten helfen? Was sagst du? Ich kann dich nicht hören. Kannst du mir im Garten helfen? Nein, ich gehe mit meiner Freundin einkaufen. Ich fahre zuerst zu ihr und dann zu ihrer Tochter. Die hat Geburtstag und wir schenken ihr alle zusammen ein Armband. Sie kommt mit uns zu dem Laden in der Gartenstraße. Das Armband muss ihr auch gefallen. Was sagst du mir jetzt? Ich schreibe eine Karte. Ich kenne sie ja nicht gut. Du fährst doch beim Gartencenter vorbei, oder? Bring mir doch bitte eine Schaufel aus der Stadt, ja? Du hast doch eine Schaufel. Nein, die gehört deinem Vater. Ich muss sie ihm morgen zurückgeben. Ich habe sie schon seit letztem Monat. Du weißt ja, wie er ist. Er gibt uns immer alles. Da will ich sie ihm auch zurückgeben. Ja, der Vati ist so lieb. Hm, du auch. Ja, der Vati ist so toll.